Und ansonsten wird das jetzt ein wunderschöner Auftritt. Der alte stolze Rocker ist mit seiner Enkelin nun hier und ich bin mir sicher, er ist wieder auch in Jeans hier. Ich freue mich sehr auf die beiden. Jetzt kommen sie gleich nämlich mit einem Song von seinem Soloalbum mit Annabelle. Hier sind Maschine und Annabelle. Wirst du für mich da sein, wenn ich mal traurig bin, wenn ich deiner Hilfe brauch und Liebe warte auch. Ich werde für dich da sein, wann immer du mich brauchst. Wird dich beschützen, unterstützen und trösten kann ich auch. Wirst du zu mir halten, wenn ich ne Dummheit mach? Wenn ich mich ausgestoßen fühl, alleine bin ich schwach. Wir werden zusammenhalten, auch wenn du Fehler machst. Wir werden den Ausweg für dich finden, gemeinsam sind wir stark. Niemals, niemals, wird unser Glückstern untergehen. Niemals, niemals, weil wir uns gut verstehen. Wirst du an mich denken, wenn wir uns lang nicht sehen? Wenn ich Fan von zu Hause bin und eigene Wege geh'n. Hab dich in meinem Herzen, wo immer du auch bist. Ich hab dich lieb und wünsche dir, dass du immer glücklich bist. Niemals, 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 wird unser Glückstern untergehen. Niemals, niemals, weil wir uns gut verstehen. Niemals, niemals, wird unser Glückstern untergehen. Niemals, niemals wird unser Glückstern untergehen. Niemals, niemals wird unser Glückstern untergehen. Niemals, niemals wird unser Glückstern untergehen. Ich habe bei den Proben gedacht, finde den Fehler. Was machst du hier? Guck mal, mit eingeflogen. Wie kann das denn passieren? Ja. Also ich bin ja immer mal wieder gut für so einen kleinen musikalischen Ausflug. Und es war mir eine besondere Ehre, auf Maschines Solo-Album mitzumachen und da viele Gitarren mit einzuspielen. Und so ist so eine Band der Generationen hier entstanden. Ach, das ist toll. Siehst du das? Oh, so ist es, wenn Kollegen untereinander gut miteinander sind. Ich komme mal in eure Mitte. Annabelle, das hast du großartig gemacht. Du hast es auch richtig genossen, ne? Hat dir richtig Spaß gemacht? Ja. Ja? Warst du aufgeregt vorher? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie ist denn hier Opa Maschine so an Weihnachten? Er ist immer lustig und erzählt immer auch Witze und beim Abendbrot. Und er hat ja einen kleinen Rauherdackel, der heißt Lilly, und der legt sich immer an Heiligabend, wenn ich ihn kraulen soll, dann legt er sich immer auf den Rücken und dann krabbel ich ihn immer hier. Und da hat er mich auch schon gefilmt, das geht stundenlang. Das geht stundenlang. Aber da kannst du mal sehen, wie stolz der Opa auf dich ist, ne? Ja. Und du bist immer lustig. Ist das richtig? Zumindest wenn Annabelle da ist, ja. Kannst du dich noch an das schönste Geschenk von Annabelle erinnern? Sie macht mir nur schöne Geschenke. Oh. Es ist so schön. Ja, wenn sie da ist, ist das schönes Geschenk. Sandra, was sehe ich denn da? Was denn? Das ist ein rührender Moment für dich selber, sehe ich gerade, ne? Oh, Schiene. Hast ein bisschen Tränchen in den Augen. Guck mal, der Opa ist ganz stolz und glücklich. Oh. Das sind lauter Freudentren. Also ich hab mich auch sehr, sehr, sehr gefreut und ich würde mich noch mehr freuen, wenn man euch vielleicht irgendwo dann nochmal wieder zusammensieht, ne? Gern. Ja. Ja. Schön, dass du übrigens das von Anfang an gleich mitgemacht hast und dich in dieses Sakko reingeworfen hast. Mit großer Freude. Und nur dir zu Liebe gemacht. Ich danke dir ganz herzlich. Das Opening war so schön mit ihm. White Christmas. Oder nochmal einen riesen Applaus. Der sieht gut aus im Anzug. Danke euch beiden. Tschüss. Maschine und Annabelle. Tschüss. Also den alten Rocker so zu Tränen berührt zu sehen, das berührt mich auch. Das ist halt auch schön, wenn Opa und Enkel zusammen und gerade an Weihnachten, ja? Also eigentlich sind ja die Großeltern die Hauptlieferanten der Geschenke an Weihnachten und...